Hallo, ich bin wieder da, es geht weiter. Ja, ich werde als erstes mal zurück zum Pokémon Center gehen und mein Team ein bisschen heilen. Und dann werde ich hier mein viertes Pokémon suchen. Nein, das wäre ja zu schön gewesen, wenn es erst gekommen wäre. Ich wechsle lieber. Und dann gehe ich einkaufen. Ich kaufe mal wieder Tränke. Ich habe fast keinen mehr. So, jetzt habe ich da, dass hier mein Pokémon Bad kommt, was ich suche. Nein. Naja. So lange wie es nicht kommt, kann ich immerhin mein Meryl trainieren. Das wird nämlich auch für die Arena noch sehr nützlich sein. Ja, ist nett, aber gleich ein Volltreffer. Wir wissen, geht das so jetzt schnell. Ja, klar, wieder ein Volltreffer. Und ich kriege nie ein, oder was? Ja, klar. Komm schon. Nein. Ach ja, wenn ihr wollt, dass ich wieder Videos von Lufia mache, dann schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Mann. Ich werde dann immer das machen, was ihr wollt, immer ein Pokémon zu machen oder Lufia. Das könnt ihr dann immer entscheiden. Ja. So. Oh Mann. Das verdammte Pfiffchen. Das nervt. Oh, ich dachte, es überlebt. Zum Glück nicht. Nein. Abra will ich nicht. Hier. Toll. Nein. Will ich auch nicht. Nein. Oh Mann. Das nervt. , Ah. Ja. Ich werde das nicht. Das nervt einfach. Oh Mann, das nervt mich. Wisst ihr was? Ich werde das Video jetzt mal kurz stoppen. Und wenn ich es dann gefunden habe, werde ich das Video wieder weiter laufen lassen. Also bis gleich.